ja willkommen mein name ist dann hier und ich würde euch zurück zu let's play tales of hysteria in der letzten folge haben wir erfahren was mit dem ursprungsdorf passiert ist wieso hell live geboren worden ist und so weiter und so fort und flüchtig für euch sieht es vielleicht so aus als wäre hier nur eine minute oder so vorgang aber mit ein paar tage vergangen ja ich habe nachdem ich diese szene abgespielt habe meine aufnahmen ist schon beendet und durfte mir deswegen die ganzen katz zu mal angucken ich wollte die katzen zu überspringen aber hier diese ganzen stationären sachen sag ich mal muss ich mir alle noch mal angucken und ja ich war noch mal direkt weiter und guck mal wie es hier noch weitergeht wir haben schon gesehen was hier passiert ist aber anscheinend soll es hier noch mehr geben und da müssen wir nicht hin ok was will der geschichts stein uns noch erzählen was ist das eine sehr viel zu sagen wenn man sie sich in einer guten rechten rechten ab und dann macht man sie so wie der große vater von in einer guten rechten 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 die die gegründet werden haben keine rechten 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 Das ist doch... Kann das nur Sorei oder Mikleo sein, ne? Ich glaube das sind Schutzserafen. Ich glaube ich. Okay, Sorei. Die Zeit, wenn ich das Leben in der Welt bin, ist, dass ich nur eine Art von der Leidenschaft bin. Aber das ist nur ein paar Monate lang, wenn ich noch ein paar Monate bin bin. Vielleicht kann ich es nicht mehr. Ich bin Zendai-Sama! Ich bin Zendai-Sama. Ich bin Zendai-Sama. Ich bin Zendai-Sama. Oh, das ist ein Zendai-Sama. Was ist passiert? Ich habe keine Zeit mehr darüber gesprochen. Ich bin Zendai-Sama. Ich würde mich nicht mehr zu wissen, wenn die Hüge durch die Hüge durchstehen, dass sie die Hüge durchstehen können. Ich würde mich nicht mehr davon auswählen, was sie. Sie hatten mich nicht mehr so schön, dass sich die Hüge durchstehen. Denn wenn sie die Hüge durchstehen, sie mit der Hüge durchstehen, dann wäre sie durch die Hüge durchstehen. Aber wenn man sich hier aufhören kann, dann kann man es nicht mehr so sein. Aber das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Wie ist es? Wie ist es? Ich weiß, was ich nicht so gut, aber ich habe mich noch nicht geholfen. Ich weiß nicht, dass ich sie nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich sie nicht so gut bin. Ich weiß, was ich? Sie sagen, dass ich nicht so sein kann. Wenn man und die Schöne der Schöneinheit mit den Schönen zu erhöhen, oder was man... ... alles ist, was ich nach dieser Frau. Ich habe es wirklich gehalten. Herr Schöne! Danke, Herr Zendai! ok war doch mit leo aber sollte dann der jetzt hat die neue stochen oder das habe ich irgendwie nicht so verstanden hat er ihn dadurch zum serafen gemacht aber ich habe gedacht es ist ein bisschen peck ok dann habe ich mir gedacht geheimnisvoller monolith der monolith der die geschichte wiederholt ja nicht geschichtsstine monolith habe ich gedacht hier ist der Platz Bildung zu diesem Grund versteht und das ist der Platz für diese Erde Was? Das ist ... Die Stimme hat gesagt, dass die Kraft von Mauteras erinnert. Genau? Wenn die Mauteras von Mauteras die Mauteras erinnert, dann wird es die Kraft von Mauteras geöffnet. es ist noch mehr ich habe mehrere grüne ihres stein also das können wir ja glaube ich nicht wenn jetzt alle hintereinander gespielt oder leckte irgendwie so komisch die werden alle nacheinander abgespielt wenn uns aber noch von dem roten ihre steigen die klamotten die rückblenden aber voll erschreckend ist wenn man dazu alles nacheinander guckt irgendwie weil mit der musik winter und dann gucken wir uns noch den jahren und sagen das muss man sich alle noch mal angucken erkennt alle seine freunde familie sind gestorben wie man so ganz langsam die verwandlung zu heil darf also mehr scheiß ohne als meine ich schon ein bisschen krass was man hier sieht da hat er versucht sich selber umzubringen genau und dann wurde zum herrscherzunhalts irgendwie so war das ne irgendwie so genau ja und die drei jetzt schön was wird uns aber noch der rote ehre stein also komplett davon von wegen wir haben schon alle so haben wir schön zeit verständigt mit sachen die wir schon gesehen haben die weibere Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir hatten einen Teil des Geho-Kreis. Hige-Neco war er von von einem Yoh und sich in Höhe nach dem Welt, und nicht wissen, dass er an einen 세계 für einen Weltraum im feel. Highland und Lowlands sind alle diese Weise, und es hat sich, als wir das gesehen kennenlernen, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit, die die Welt der Welt in Höheffel. Die Sendai-Kreis-Kreis hat sich immer ein gutes Ergebnis für die Geschichte mit den Spanien. Sie sind alle, dass sie das nicht wissen können, dass Maoteras-Kreis die Höheffel-Kreis auf sich gemacht hat. Oh, genau. Wenn ich mit dem Gespräch sprechen würde, dann könnte ich es vielleicht besser verstehen und unterstützen. Die Verteidigung hat sich nicht alles dafür verletzend. Ich glaube, dass sie nicht so verletzend sind, weil sie nicht so verletzend sind. Das ist ja so. Wenn die Verteidigung einfach nur alle Glück haben, dass sie nicht so verletzend werden. Aber wenn wir uns auch ein paar Freunde kennenlernen, Heldorfen haben, dann wird es nicht anders sein. Wir werden uns nicht nur für unsere Erwärmung machen, sondern wir werden uns nicht verletzten. Das ist nicht so gut. Wahrscheinlich. Mabin hat gesagt, dass wir nur das Gefühl haben. Wir werden das Gefühl haben, dass wir das Gefühl haben. Was geht's? Ich habe es wieder. Warum in das hier? Was? Ich würde mich nicht verletzen, aber wie war es? Wer ist schlecht? Ich habe es nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt. Genau. Wenn ich das gut verstehe, dann ist es... Ich habe es gefragt. Ich habe es gefragt. Ich habe es gefragt. Ich nehme an die Hölder, die ich nicht verletzen möchte, Ich möchte Helderpfeier. Ich würde mich nicht finden, weil es ihr seinSein weiger nicht für uns. Ich verstehe die Arme, wie es ihr sein und zuzure. Ich werde es nicht eversion, sondern auch zu sein Reise. Ich werde es nicht verletzt. Es ist nicht verletzt. Ansonsten der Läge customs zufrieden. Ich habe es nicht verletzend. Ich bin so sicher, was ich? Ein Mensch wie ein Heldorf. Ich habe schon alles in der Schauspielerei gehalten. Ich kann nicht sagen, dass ich dich bei Heldorf auf den Heldorf stehe, aber ich kann mich nicht sagen, dass das Heidehaus an die Fall ist. Das ist wirklich schlimm, und ich finde es nicht so schlimm. Ich denke, ich habe das nicht zu tun, dass ich jetzt nicht zerstören würde. Ah, ich kann es nicht verabschieden. Ich kann es nicht verabschieden. Ich bin das so. Dann, du hast dich. Wenn du dich mit der Welt bist, dann kannst du dich mit dem Helder-Gümmel auf die Hörmahe zu retten. Ja... Du bist wirklich nicht so. Du bist so. Du bist so. Ja. Du bist so. Du bist so. Das ist so, Herr Hocki. Das ist das, Herr Hocki. Das ist das, was für Sie zu Ende des Lebens. Das ist das, was Sie wissen. Das ist das, was Sie sagen. Das ist das, was Sie sagen. Zurei? Kannst du das, Zurei? Aber... Das ist wichtig. Das ist wichtig. Was ist denn so was von? Ich habe sowas von gesagt, wir gehen gegen die Kämpfe. Ich habe sowas von gesagt, wir gehen gegen die Kämpfe. 72, Alter. Mit seinem Projekt hier angefünscht, vielleicht sollten wir näher rangehen. Hey, sorry, der Altecler hat sich ja mehr als ein Asimler. Wenn du näher an ihn herangehst, solltest du dabei sehr vorsichtig sein. Ist auch voll schwach. Oh, ja. Okay. er hat sie in halbwegs so ja so ja 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 musste gar bitte 1000 punkte Aber ich hab's mir irgendwie schon gedacht, dass wir vielleicht gegen ihn kämpfen müssen. Oh Mann. Ja, Leila. Sehr gut. Fangen wir in die Ecke rein. Aber irgendwie mach mal voll wenig Schaden. Frau Leila. Oh, keine Schwenke des Lebens mehr. Oh, keine Dinge, um dich zu erledigen. Wer hat hier Leila ausgewechselt? Das ist so einfach nicht. Hey. Oh Mann. Ja. Hilfe, Hilfe. Auch damit. Das ist ja nicht ganz nett. Oh Mann. Hier sind wir etwas. die sierte mensch mehr oder weniger ich weiß noch jemand fragt im letzten moment mit geschirr um sich solchen den kampf ernst nehmen wie lässt sich er lässt sich zerwält einfach auf die zuwenden es gibt es nicht so viel zu sehen es gibt es nicht so viel zu sehen es gibt es nicht so viel zu sehen es ist wirklich ein Fuhjimi Ich bin der Mann, was ich. Warum nicht das? Ich bin Hjöhmann. Ich habe keine Angst, dass ich die Begründung auf dem Weg verletzen kann. Ich will nicht nur sagen, dass ich die Begründung auf dem Weg verletzen kann. Ich will nur sagen, dass ich das nicht verletzen kann. Was ist das nicht so, was ich? Ich bin nicht. Ich bin nicht der Kraft von Laira, aber ich bin nicht der Heldarfe. Ich bin nicht der Heldarfe. Ich habe das Gefühl, Lose. Ich bin nicht der Sinn. dass du dich in die Leben gerätst. Ich bin nicht der Fall. Ich bin nicht der Fall. Aber wenn du mit dem Gehörst, wenn du mit dem Gehörst du dich schaffst, dann kannst du dich nicht wieder einmal aufstehen. Dann kannst du dich nicht aufstehen. Ich habe mich nicht mehr so gut, wie ich es. Aber, wenn ich mir das Wort verstanden habe, dann muss ich das Wort wiederholen. Ich werde mich nicht mehr so überlegen. Ich werde mich nicht mehr so überlegen. Ich werde mich nicht mehr so überlegen, aber ich werde mich nicht mehr so überlegen. Nein, nein! Los, Suley! Was ist das? Das war's für mich. Das war's für heute. Das ist eine große Frau. Ich sage es. Ich will nicht mehr, aber ich will nicht mehr. Das war's für heute, Rose. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Edna? Zavida? Roze, du sagst du das. Slay, du hast du gesagt, dass ich in Ready Lake bin? Du kennst dich nicht? Ich bin für mich gekommen, um mich zu sein. Du hast gesagt, was du gesagt? Nein. Das war's für mich. Ich glaube, dass wir die Antworten von Slay glauben können. Ich glaube, dass wir die Zeit in der Schöne kommen können. Komm her! Komm her! Slay! Alle! Ich glaube, es ist ein guter Freund. Ich glaube, es ist ein guter Freund. Na? ich wollte schon sagen da war ich geschossen ich bin Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Wenn man das, dann wird das, was es nicht so gut. Das ist das. Das ist das, was ich zuerst. Wenn ich mich nicht mehr zurückfahre, dann muss ich mich nicht mehr zurückführen. Ich bin der Grund. Ich bin dein Mann. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund. Ich bin auch der Grund. Ich bin der Grund. Ich habe mich nicht mehr sobald zu machen. Ich kann mich nicht mehr so aufhören. Frau Sala, das war so. Ich hab mir immer noch, dass ich mich zu dem Mevin erzähle. Ich werde immer noch vor. Das war's für heute. okay ja jetzt der plan Ich habe schon gesagt, dass ich die Kammel anbieter bin. Oh, genau. Kamelan war es bei Izu-Chi. Wahrscheinlich. Das heißt, dass wir Highland und Rollans, die Norden sind auch wichtig für die Rechte. Ich glaube, das ist das. Aber ich glaube, dass Kamelan das Weg zu einem Kammel ist. Ich glaube, dass ich meine Mutter nicht so. Ich habe mich nicht mehr gesagt. Ich habe mich nicht mehr gesagt. Ich habe mich nicht mehr gesagt, was ich nicht mehr gesagt. Ich habe mich nicht mehr gesagt. Ich habe mich nicht mehr gesagt. es war ja etwa sehr oder ihre stein hier in kleidung prüfung halten und die logisch okay okay ich habe nicht erkunden wir müssen heller finden okay als andere abgelaufen hier in kleidung mal so warte mit der strebende verabschiedung und wünsche ihnen sein herzen trägt also verteidigungs mäßig auch mal da war natürlich ausrotter stimmt da kommen wir jetzt wahrscheinlich jetzt eine neue musik oder so ne in der musik während des kampfes okay was das für ein musik ist werden wir in der nächsten folge erfahren von let's play jetzt ist er ja ich werde nämlich den part hier und wahrscheinlich kommt jetzt in uns gibt und so aber ich werde natürlich erst mal nicht angucken jetzt sparen wir uns in der nächsten folge auf weil es ist hysteria sehen wir uns ja nichts von tales of hysteria ich bedanke mich dass ihr das video test ist ja angeschaut hat bis zur nächsten folge und das in dem quiz kommen wir auch in der nächsten folge tschüss